Wir sind dabei. Bauma 2022 in München. Fahrzeuge von Doll bieten schon heute den digitalen Vorsprung für morgen. Besuche uns auf unserem Stand 830.1. Der technologische Vorsprung unserer Fahrzeuge garantiert den verlässlichsten, wirtschaftlichsten und sichersten Einsatz auf jedem Terrain. Neben allen Neuerungen und Innovationen freuen wir uns vor allem auf eine Sache. Auf ein persönliches Wiedersehen.